Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Exit ... mit Giant auf den Server... ...und ich... ...übe auf, wie den Keller zu machen... ...und gehe schlafen... ...jep... ...was ein bisschen... ...ich glaube ich auch schon mal gucken, dass wir mal stattdessen... ...ehm... ...ist sowieso nicht die Stadt... ...und ja, deswegen würde ich das an... ...und schwadelt sich erst mal her... ...Six Prince Rushes... ...vieh nicht gut... ...halte zu Hause... ...ich will das ja auch noch mal entfernen, ne... ...egal, Tradition... ...was passiert, ne... ...gut... ...dann... ...habe ich vergessen, was ich vorhin... ...obwohl... ...nein... ...gar nicht... ...habe ich mir was vergessen, was mitzunehmen... ...und zweit jemand in den Blöcke... ...und dann... ...habe ich den reingetan... ...ja... ...muss ich jetzt einfach so... ...was mit ihm jetzt machen... ...ja... ...und dann... ...muss ich die hier einschmerzen... ...ja... ...ich wollte ich dann den Extivator machen... ...oder... ...nei... ...das Ding... ...äh... ...nicht Extivator... ...das sind für Erde... ...aber den Hammer... ...der nice... ...den hier... ...den... ...den... ...den Hammer... ... zouden... ... welcoming in Avengers... ...das... ...dann wieder der Hammer... ...布... ... receiver... ...Cast... ...T感じ... ... ...O� ? ... ... ganska... ...Cast... ... ... ... ...ehm... ...Ich brauche... ...zu... ...ह dönäh... ...ähm... Hammerhead... Frost... Ähm... Mal was ich dafür brauche... Diesen hier, wo ist er? Der hier, ne? Ähm... Diese zwei Köpfe... I look for more, na genau... Die noch einschmelzen... Wird die Frage, glaub ich muss ich das hin, ne? Genau... Und dann jetzt noch hier so'n... Äh... Dieses Ding hier, dieses Hammer... Ich will noch die Form führen... Und dann mal jetzt mal hier so'n... Ein paar Bretterns... Glaub ich noch... Wo es überhaupt nicht diesen, wenn es schon immer gibt... Und wo... Müsste eigentlich... Weil ich weiß, dass ich ein bisschen hatte... Genau... Das ist der Hammer... Sehr gut... Da ist jetzt die Form noch draus... Zwei... Hier... Nicht hier... Guck... Stein... 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 Geht das nicht aus, wenn wir jetzt hier wieder acht... Die noch einschmelzen, ne? Da will ich noch irgendwie... Clean Zone... Ne... Nur einen einzigen... Jo... Und dann... Schmelze ich das eben durch... Ein Stück... So... Das da rein... Eisblätten sollte ich für es gut tun... Lieber mein Gunt... Abidei... Und Markel... Schmelze ich mal eben durch... Ich hoffe das funktioniert mit der Mendelin... Können wir mal einschmelzen... Ein bisschen Eisen... Eigentlich wollte ich ursprünglich die Spiele auch noch mal abbauen und in den Keller setzen... Aber... Ich will nicht irgendwo aus dem Raum ausheben... Pfff... Okay, ich weiß mal, dass wir den Mendelin mit rein und... Okay, es funktioniert... Es ist schon mal gut... Ich habe mir auch gewundert, wenn es nicht funktioniert hätte... So... Gut... Dann nehmen wir ein bisschen ein Stück... Einer fehlt noch... Sollten sie auch durch... Komm... Mit schlimmeren Hänge... Komm, 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 komm... Komm... Fünf Minuten und am Ende haben wir nichts geschafft... So... Ab geht's... Pass dahin... Pass dahin... Oder mit... Dem ja... Ich will jetzt nur noch einschmelzen... Aber noch... Gold... Oh... Haben wir Gold? Bitte, dass wir dort Gold haben... Nein... Doch da... Oh... Da habe ich Gold... Aber dann... Oh nein... Ein Problem... Oder vielleicht... Die geht's in Form... Obwohl... Ich hätte... Wir müssen doch die Form eigentlich noch haben... Ne... Ob bitte... Hat er die weggeschlossen... Also... Dann nehme ich die... Einfach... Nicht schlimm... Ne... Keine Haltbarkeit... Oder so... Da... Dann können wir das einschmelzen... Aber... Wollte ich mir das Gold einschmelzen... Na verständlich... Ja... Das ist mir ein Freude... Unglaublich... 17 Level... Wollauf ich wirklich... So gewöhnt... Ok... Es wurde natürlich geschmolzen... Das ist schade... Komm... Schmelzt doch nicht... Boah... Komm... Du... 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 ... Dann... Und... Dann... Du... ... Well... ... ... Das... Stone... ... dahin... ...Port Shop... ...ein bisschen nochmal auskredieren... äh, auskredieren das Inventar... ...da steht fest... ...jetzt soll das Auto geschmolzen sein, sehr gut... ...hin geht's hinein... ...das sollte, glaub ich, reichen ordentlich... ...oh, zwei, ne, genau... ...oh, wird auch A rausgezogen? ...ich... ...hoffentlich nicht... ...oh, bitte... ...oh, nein, ich brauche noch mehr davon... ...also ich weiß, was auch hier dran steht, also da schon, glaub ich, 8, ne... ...und 16... ...19 brauche ich noch... ...oh, muss ich ganz viel durchmachen... ...ah, nein... ...das geht ja gar nicht auf... ...ähhh... ...3... ...ah, ne... ...ah, nicht... ...18 Stück... ...und... ...müsste ich da ja gar nicht mal einen Bringshot machen... ...und von hier so ein... ...und... ...so... ...so... ... sehr schön... ...schmüllt das wieder durch... ...haber die 19... ...hups, jetzt... ...animiert... ...ähm... ...jo... ...muss jetzt aber warten... ...wenn wir schon den ersten... ...gleich finde ich, dass ich diese Folge fertig... ...ihhh... ...der weiß... ...wenn nicht gut... ...wenn wir auf jeden Fall den Herrn noch fertig... ...und plötzlich, dass ich einfach so... ...kaum und aushebend im Keller... ...ne... ...so... ...die dauert halt ein bisschen, ne... ...okay, Trin, heute wird diese Folge wieder fertig... ...aber... ...jo... ...weil noch dieses nochmal machen... ...ich weiß es nicht... ...was soll ich denn nochmal machen jetzt... ...weil wir nicht daraus clearen... ...aus lehren... ...aus lehren... ...so... ...ich weiß, wir lassen jetzt... ...komm ich mal ein... ...bisschen, komm ich bald hier mal gerne, ne... ...was dir hier... ...komm ich dann ein... ...ein... ...das ist alles auf dem Fleck... ...steht ihr... ...und... ...schau... ...sind ich jetzt... ...dol auch nochmal craften... ...nach ein Stack gerade hier drin... ...und... ...sind ich auch's gut da rein... ...so... ...sehr gut... ...nach will ich sagen... ...das ist gewiss bedeutend... ...von euch in Folge mal gewechselt... ...wenn euch das Video gefallen hat... ...anlass eine coolste Bewertung der... ...abbonier nicht vergessen... ...und... ...tschüss...